Die Sendung wurde live untertitelt. Wenn wir Glück haben, könnte es eine 99 zu 1 Werte werden. Ja, aber eine Sache haben wir noch zu meistern. Die Startbox. Ach, kein Problem. Das hat bis jetzt jedes Pferd von dir gelernt. Tja, aber leider ist er nun mal kein Pferd. Ach komm, Nolan. Wenn es einer schafft, dann du. Darauf verwette ich meinen Hut. Ja, du... Das macht einen Höllenlärm. Aber du darfst dich davon nicht ablenken lassen. Ich möchte, dass du nur geradeaus siehst. Der Krach darf dich nicht irritieren. Weder das Stimmengewirr, das Geschrei, das Scharren. Ganz ruhig bleiben. Lass es einfach alles hinter dir. Nicht nervös werden. Das muss dich völlig kalt lassen. Du schaffst es, das weiß ich. In dir ist die absolute Stille. Das Einzige, was du hörst, ist dein Herzschlag. Und los. Na, hopp. Lau. Na, ist's gut. Lau, gut so. Aber, Junge, du musst kein Herz. Du musst schön weitergehen. Ja, das machst du ganz toll. Chan, zieh den Kopf ein. Das siehst du, ist doch ganz einfach. Ja, mein Kleiner. Gleich haben wir es geschafft. Ganz ruhig. Ho, ho. Ich bin bei dir. Ich bin ja bei dir. Guter Junge. Na, wer sagt's denn? Du hast es geschafft. Tja, sieht so aus. Und was jetzt? Jetzt rennt ihr so schnell ihr könnt. Okay. Zeig, was du kannst. Damit kommen die nicht durch. Ich werde Protest einlegen. Das ist mein Bettrennen. Da hat diese Kreatur nichts zu suchen. Bitte, Papi, halt dich da raus. Ich will ihn auf faire Weise besiegen. Pah, dieses Risiko ist mir viel zu hoch, mein Sohn. Pride wird jetzt doppelt so hart drangenommen. Pride wird jetzt doppelt so hart drangenommen. Ich bin ja bei dir. Das kann doch nicht so schwer sein, du Schwachmann. Und hoch damit. Rück renn. Ich bin völlig ausgelutscht. Pack wieder die Marshmallows drauf. Die Dinger hast du schon verdrückt. Und da war Vollgas. Da kommt schon.